Danke vielmals, Worship-Team. Wir starten heute mit einer neuen Predigt-Serie, sie heisst Felsenfest. In dieser Serie wollen wir miteinander lernen, unseren Glauben auf ein felsenfestes Fundament zu stellen, das ihr wirklich auch verhebt, auch in herausfordernden Zeiten. Im letzten Herbst sind Judith und ich auf dem Weg in unsere Silberstandortferien in Pisa gewesen. Und Pisa ist natürlich für etwas bekannt, für den schiefe Turm von Pisa. Der schiefe Turm von Pisa wurde nie gebaut als schiefe Turm von Pisa. Das war nicht die Idee, sondern eigentlich ist es ein bisschen Baupfusch. Wir haben ihn nämlich auf ein instabiles Fundament gestellt, weil er steht auf einem zugeschütteten Kanal. Das zeigt uns auch etwas aus für unseren Glauben. Auf einem instabilen Fundament können wir nichts wirklich Stabiles bauen, nichts, was wirklich hält. Man kann ja nicht einfach unterwegs versuchen, ihn zu korrigieren. Das haben sie nämlich in Pisa probiert. Nach dem dritten Stock haben sie zuerst aufgehört, bauen. Hat fast eine 100-jährige Pause gegeben, weil sie das Problem hatten, der Turm ist schief geworden. Und nach erst 100 Jahren haben sie sich dann getraut, weiterzubauen und haben das versucht, im Bau irgendwo noch zu korrigieren. Auch wenn das Fundament nicht verhebt, dann kannst du auch unterwegs nicht korrigieren. Es wird nicht gut kommen. Es ist dann auch in Pisa so gekommen. Der Turm ist weiter schräg geworden. Man hätte ihn dann vor einigen Jahrzehnten sogar sperren müssen. Und erst vor einiger Zeit haben sie eine Sanierung vom Fundament gemacht, sodass der Turm heute auf einem stabileren Fundament steht und nicht einmal mehr so schräg ist, wie er auch schon war. Auch das ist für unser Glauben ein wichtiges Prinzip. Manchmal, wenn Sachen schief stehen, dann müssen wir nicht an der Schiefheit versuchen, etwas zu ändern, sondern dann müssen wir das Fundament anschauen und schauen, wo ist da vielleicht etwas nicht solid und müssen das vielleicht sogar sonieren. Pisa ist übrigens nicht der einzige schiefe Turm, den es gibt. Ich möchte euch noch ein paar weitere zeigen. Es gibt in Deutschland, in Bad Frankenhausen, gibt es auch einen schiefen Turm, der mit 4,93 Grad doch recht schräg steht. Aber wir müssen nicht einmal bis ins Ausland gehen. Auch in der Schweiz gibt es einen schiefen Turm. Und zwar in St. Moritz ist das der Turm der Kirchneruinen der St. Mauritius-Kirchner. Die Kirchner selber steht nicht mehr so, aber der Turm steht nach wie vor sehr schön, ich will nicht sagen gerade in der Landschaft, sondern eben schief in der Landschaft. Der schiefste Turm, der ist wiederum in Deutschland, der ist in Surhausen, in Ostfriesland. Und wenn ich die Kirche so anschaue, das erinnert mich so wirklich an eine Comics-Kirche, die so gezeichnet ist, so schief ist der Kirchner-Turm. Alle haben das gleiche Problem. Alle sind auf einem instabilen Fundament gebaut. Die Predigterie, die wir miteinander anschauen, die soll uns helfen, wirklich das Fundament stabil zu machen. Vielleicht auch das Fundament zu hinterfragen. Sie richtet sich nicht nur an Menschen, die frisch mit Jesus unterwegs sind und jetzt ein Fundament bauen müssen, sondern sie richtet sich auch an Menschen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Weisst du, vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen, wenn du auf der Autobahn fährst, wenn man so unter einer Unterführung durchfährt, dann hat es manchmal so in diese Brücke eingebaut, hat es so Törchen. Dort kann man rein und ich habe vor einiger Zeit in einer Dokumentation im Fernsehen geschaut über Autobahnbrücken. Wir müssen jetzt nicht weiter darauf eingehen, warum man so eine Dokumentation über Autobahnbrücken im Fernsehen schaut, das ist jetzt nicht das Thema. Aber dort haben sie erklärt, für was es diese Törchen sind. Diese Törchen sind nämlich gemacht, dass man rein kann, das Fundament der Brücke inspizieren und kontrollieren. Und diese Serie soll so ein bisschen etwas Ähnliches machen für dein und für meinen Glauben. Manchmal haben wir Sachen, die wir in unserem Alltag erleben, Schwierigkeiten, Sachen, die uns herausfordern in unserem Glauben. Und oft ist für diese Sachen ein Problem beim Fundament. Darum wollen wir in den kommenden Wochen miteinander hinzugehen und verschiedene enorm wichtige Elemente vom Fundament von unserem Glauben miteinander anschauen. Und schauen, ob es vielleicht irgendwo Riss hat oder ob irgendetwas minzionieren, korrigieren müssen, so dass unser Bauwerk, das Bauwerk von unserem Leben, wirklich stabil stehen kann. Ich glaube, diese Serie wird dir und mir helfen. Sie wird dir helfen, wirklich zu einem stabilen, fundierten Glauben zu finden. Zu einem Glauben, der hält, auch in der Zeit der Krise. Zu einem Glauben, der hält, auch unter Druck. Zu einem Glauben, der in unserem Leben Frieden bewirkt. Der Shalomfrieden, den die Bibel beschreibt, der allumfassende Frieden. Und zu einem Glauben, der unser Leben tiefgreifend und langfristig verändert. Weisst du, Gott möchte unser Leben nicht nur irgendwie renovieren und ein bisschen verbessern, sondern er will es ganz neu machen und auf ein ganz neues Fundament stellen. Ich möchte gerne, möchte gerne beten. Jesus, ich danke dir vielmals, dass du das Fundament für unser Leben wirklich auch möchtest sein. Und ich möchte dich einladen, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, einfach auch in den kommenden Wochen das Fundament von unserem Leben so wirklich zu inspizieren. Und dort, wo Sachen nicht stabil sind, dort, wo Sachen nicht verheben, wirklich das Fundament zu sanieren, es aufs Richtige, aufs Stabile Fundament zu stellen. Danke für deine Hilfe und danke für deine Gegenwart. Amen. Ich erinnere mich zurück, als ich ein Teenager gewesen bin. Dort habe ich bei mir immer wieder so ein Denkmuster entdeckt in meinem eigenen Leben. Und zwar, ich habe natürlich Sachen gemacht, die sind nicht okay gewesen. Ich habe gewusst, Jesus vergibt. Jesus vergibt Sünde. Wenn ich meine Sünde zu Jesus bringe, sie ihm bekenne, dann vergibt er sie. Und mit dem Sinn bin ich in Ordnung mit Jesus. Aber es gab natürlich immer mal wieder Situationen, wo ich irgendetwas gemacht habe, wo ich gesündigt habe, wo ich einen Fehler gemacht habe. Und ich bin aber nicht sofort zu Jesus gegangen und habe um Vergebung gebeten. Und ich hatte recht Mühe mit diesen Zeiten zwischen ihnen. Weil diese Zeit zwischen den Sünden und dem, was ich von Gott Vergebung bekommen habe, habe ich als eine enorm gefährliche Zeit gesehen. Weil ich habe nämlich gedacht gehabt, wenn ich genau in dieser Zeit sterben würde, oder genau in dieser Zeit, wo Jesus wiederkommt, dann hätte ich ein Problem. Dann gäbe es in meinem Leben nämlich unvergähne Sünde. Und die Sünde trennt mich ja von Gott. Und ich wäre wahrscheinlich nicht geredet. Man sieht, mein Glauben ist noch nicht wirklich auf einem soliden Fundament gestanden. Aber ich sehe selbst heute manchmal im Leben von gestandenen Christen ganz, ganz ähnliche Muster. Ich meine, etwas habe ich verstanden gehabt. Ich habe verstanden gehabt, Sünde trennt von Gott. Und das ist ja so. Ich meine, wir haben den absolut heiligen, fehlenlosen, perfekten Gottheiligen in einer Art und Weise, wie wir es uns nicht einmal vorstellen können. Und auf der anderen Seite sind wir Menschen, die eben nun mal, auch wenn wir uns Mühe geben, Sünder sind. Und eines habe ich verstanden. Sünde trennt von Gott. Sünde steht da zwischen dir. Und das ist ja schlussendlich das grosse Dilemma, wo wir als Menschen drin sind. Darum sind wir ja trennt von Gott. Als Menschen versuchen wir das in zwei Art und Weisen zu lösen. Die eine, ich würde sie mal Selbstoptimierung nennen. Wir merken, hey, wir mögen dem Standard Gottes nicht kommen. Was probieren wir? Wir probieren es einfach fester. Wir geben uns mehr Mühe. Wenn wir nicht genug gut sind, dann müssen wir besser sein. Die andere Art und Weise, wie wir es versuchen können, ist, indem wir Gott relativieren. Indem wir sagen, Gott, wir müssen halt schon irgendwo einen Kompromiss finden miteinander. Du kannst nicht so streng sein. Wir müssen, machen wir es halt so, wenn in meinem Leben mehr Positives als Negatives vorhanden ist, dann muss dir doch das irgendwie langen für dich. Aber ich glaube, wir alle verstehen, beide Muster funktionieren nicht. Selbstoptimierung funktioniert nicht, weil, weisst du was, wie soll ich als Mensch, auch wenn ich mir Mühe gebe, auch wenn ich alles gebe, was ich habe und was ich kann, wie soll ich einem perfekten, heiligen Gott auch irgendwie gerecht werden können? Aber auch die Relativierung von Gott funktioniert nicht. Weisst du was, wenn Gott ein Gott ist, der mit einem Kompromiss klarkommt, wenn Gott ein Gott ist, der sich relativieren lässt, dann ist er nicht der Gott, der er ist. Und wenn Gott der Gott ist, der er ist, dann lässt er sich nicht relativieren. Und das zeigt das Dilemma, das wir als Menschen einfach drinstecken. Wir können aus uns selber heraus nicht, das Dilemma nicht überwinden. Der Einzige, der etwas machen kann, ist Gott selber. Und in diesem Thema heute, wenn wir miteinander anschauen, was Gott denn gemacht hat und wie Gott das gemacht hat, und weisst du, das setzt so ein ganz entscheidendes Element im Fundament von unserem Glauben. Etwas, wo unser Glauben solid darauf stehen kann. Wir wollen miteinander anschauen in der Bibel, wie Gott denn das Dilemma überwunden hat. Und wir lesen das miteinander im Römerbrief, ab dem dritten Kapitel. Paulus erklärte im Römerbrief ja den ganzen Heilsplan eigentlich erklären. In den ersten beiden Kapiteln zeigt er dann auf, dass alle Menschen dem Standort Gottes nicht gerecht werden, unabhängig davon, ob sie ihn und seine Anforderungen kennen oder ob sie aufgrund des eigenen Gewissens überführt sind. Er zeigt eigentlich auf, kein Mensch hat eine Entschuldigung vor Gott. Kein Mensch wird Gott gerecht von sich aus. Eigentlich genau das, was wir vorhin gesagt haben, mit der Selbstoptimierung. Sie funktioniert nicht. Und im dritten Kapitel, ab dem Vers 20, erklärt denn der Paulus die Lösung Gottes für das. Da heisst es, niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Also da bezieht sich der Paulus nochmal auf den Versuch von der Selbstoptimierung. Wir können es aus uns selber nicht. Die Selbstoptimierung reicht nicht. Er bezieht sich da ja auf das alttestamentliche Gesetz, weil er will ja auch erklären, wie das ist mit Juden und Nicht-Juden. Aber wir können das auch so verstehen für unser Leben. Sämtliche unsere eigenen Leistungen. Sie langen einfach nicht vor Gott. Vers 21 heisst es dann weiter, Doch nun hat Gott uns, unabhängig vom Gesetz, einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Einen Weg in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten. Da sehen wir, die Lösung kommt eben nicht von uns, sondern die Lösung kommt von Gott. Und es ist auch nicht so, dass das jetzt irgendein Plan B ist von Gott, sondern es zeigt da, schon das ganze Gesetz ist in Hinblick auf die Lösung, auf Jesus gegeben worden. Es hat Gott nicht überrascht, sondern das ist seine Lösung. Vers 22 dann, Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Was heisst jetzt das gerecht da, gerecht gesprochen? Der Paulus spricht da nicht von etwas, was irgendwie in unserem Herz passiert, dass wir uns gerechter fühlen oder so, sondern der Paulus braucht das Bild von einem Gerichtsspruch, von einem Gerichtsurteil, wo eben uns als schuldig oder eben, wie es da ist, als gerecht, unschuldig spricht. Weiter heisst es dann, Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Also Menschen, wo Jude oder nicht Jude. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns, durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesündet wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Was der Paulus hier in diesem Text erklärt, theologisch nennt man es die Rechtfertigung durch den Glauben. Ich möchte versuchen, was das zu erklären aufgrund von einer Grafik, was das bedeutet für unser Leben. Weil ich glaube, dass das wirklich ein Fundament ist für unser Glauben und für ein Leben mit Gott, das wirklich funktionieren muss, das wir wirklich verstehen müssen, und das wirklich verheben muss. Und wenn es das tut, kann ich dir sagen, hat es Auswirkungen auf dein und mein Leben, werden wir noch miteinander anschauen. Stellen wir uns mal vor, der Kreis, das wäre so ein bisschen unser Leben, das wäre so unser, das ist das, was wir sind in den Augen Gottes. Das Problem ist, wir sind Sünder. In unserem Leben gibt es Sünde, gibt es Versagen, gibt es Fehler. Das ist das, was der Paulus im Vers 23 beschreibt. Alle Menschen, egal ob sie gut glauben oder nicht, sie werden dem Standard Gottes nicht gerecht. Vielleicht sagst du jetzt, ja, Standard Gottes, ich bin kein religiöser Mensch. Okay, wir können es auch mal über einen anderen Weg angehen. Stell dir mal vor, all die Anforderungen, die du hast, dass andere Menschen sollen haben. Ein guter Mensch, was hat er für Anforderungen? Und stell dir mal selber die Frage, wirst du selber all diesen Anforderungen immer gerecht? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, nein, werden wir nicht. Das heisst, egal ob du an Gott glaubst oder nicht, hey, wir werden dem Standard nicht wirklich gerecht. Unser Leben ist voll von, sag jetzt mal von Negativen. Die Bibel nennt es Sünde, von diesem Minus. Den Zustand, den können wir nicht wirklich grundlegend ändern. Die Minus, die werden wir nicht los. Wir können zwar versuchen, unser Leben so ein bisschen zu ergänzen mit ein paar Plus, irgendwie durch ein paar gute Sachen, die wir machen. Und das ist wunderbar. Aber die Minus sind immer noch da. Die werden wir nicht los. Und jetzt tritt eben Gott selber in Aktion. Da lesen wir im Vers 21 davon, eben Gott zeigt einen neuen Weg, einen Weg, wie wir zur Gerechtigkeit finden können. Und das ist eben von Gott nicht der Weg, dass er uns sagt, du musst halt einfach ein bisschen besser, musst dich ein bisschen mehr optimieren, musst dir ein bisschen mehr Mühe geben, musst du selber irgendwo durch eine Lösung finden. Sondern das, was Jesus macht, das, was Gott macht, ist, von dem lesen wir im Vers 22, er spricht uns als Gerecht. Der Paulus spricht hier eben von einem juristischen Akt, von einem Gerichtsurteil, wo wir vor Gott als Richter stehen, wie es auch bei einem Gericht der Fall ist. Man steht dort mit seinem Leben und der Richter schaut das Leben an und sagt schlussendlich, unschuldig oder schuldig. Wer schuldig ist, wird schuldig gesprochen, wer unschuldig ist, wird freigesprochen. Das ist so die Situation, die der Paulus hier darstellt. Und der Paulus sagt jetzt aber, das lesen wir hier im Vers 22, wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Jetzt können wir uns ja die Frage stellen, okay, wie kann denn Gott uns jetzt gerecht oder eben unschuldig sprechen, wenn doch unser Leben voll von diesen Minus ist. Ist Gott blind? Nein, ist er natürlich nicht. Was Gott als gerechter Richter hier macht, ist, er schaut auf Jesus. Und Jesus hat all diese Minus, die hat er auf sich geladen. Und Jesus hat die Strafe für die Minus, die hat Jesus alle auf sich geladen und zahlt dafür. Das heisst, Gott kann die Minus anschauen und sagen, hey, für die Minus ist zahlt, für die Minus, die gelten nicht mehr für dich, du stehst jetzt so vor mir da. Jesus hat all diese Minus auf sich genommen, sodass Gott uns anschauen kann, als Menschen, die nicht mehr schuldig sind. Gott macht in dem Akt der Rechtfertigung eigentlich zwei Sachen. Das eine, was er macht, ist, er nimmt uns all diese Minus weg, weil Jesus sie zahlt hat. Der Paulus beschreibt das im Vers 25, möchte ich gerne vorlesen. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesünd wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Also Jesus hat den Preis gezahlt für unsere Minus, dass wir in dem so unschuldig vor Gott dastehen. Aber weisst du was? Gott macht noch mehr. Gott macht in der Rechtfertigung noch einen zweiten Teil. Wir dürfen wissen, Jesus hat alle unsere Vergangenen, unsere Gegenwärtigen und unsere zukünftigen Sünden geträgt, darum sind all die Minus weg. Aber mit dem stehen wir eigentlich nur in dem Status vor Gott und dann muss ich sagen, da ist keine Schuld mehr vorhanden. So ein bisschen ein neutraler Zustand. Die Bibel zeigt uns aber noch etwas mehr. Was Gott auch macht, ist, Gott rechnet uns Gerechtigkeit von Jesus zu. Das heisst, der ganze Lohn, das Ganze, das durch ein absolut gerechtes Leben kommt, wird uns zugerechnet. Gilt für uns. Und zwar nicht das, was wir selber gemacht haben, sondern das, was Jesus getan hat. Das heisst, unser Leben ist nicht nur neutral, sondern unser Leben ist jetzt voll von all den Plus, von all dem, von dieser ganzen Gerechtigkeit, wo Jesus hat, wo Jesus ist, das gilt für dich und für mich. Das ist das, was Gott tut in dem Akt von der Rechtfertigung. Das Minus ist weg und das Plus ist jetzt da. Das ist das, was Gott macht. Hey, und wenn wir verstehen, was das ist, das ist Wahnsinn. Das Alten ist weg und jetzt stehen wir so da vor Gott. Das ist unser Zustand, wie Gott uns sieht. Das ist der Zustand, wo wir vom Schöpfer von Himmel und Erde, das ist die Erklärung, wo er abgibt als absolut gerechter Richter. Und das ist der Zustand, wo niemand etwas daran ändern kann, weil wir gerecht gemacht sind durch Gott selber. Hey, das Wunderbare ist, dass das nicht passiert aufgrund unserer Leistungen. Es passiert nicht aufgrund unserer Selbstoptimierung, wo wir unsere Minus irgendwie haben zu Plus basteln können. Es passiert nicht durch das, dass Gott sich irgendwo durch sich relativieren musste, dass es trotzdem irgendwie passt für uns. Sondern es passiert durch ein Werk, das Gott macht. Wir Menschen, wir sind nicht einmal wirklich direkt Beteiligungen daran. Es ist Gott, der es tut. Der ist das Werk von Jesus für uns anrechnet. Es ist etwas, das nicht in unserem Inneren passiert, indem Gott unser Herz ein wenig verbessert, sondern es ist etwas, das ausserhalb von uns passiert in dieser juristischen Dimension. Und Gott sieht uns und kann uns gerechterweise von diesem Moment an als Gerechte sehen und behandeln. Die Frage ist, sind wir uns bewusst, dass wir uns in diesem Zustand befinden? Sind wir uns bewusst, dass das die Basis ist, das Fundament ist für unseren Glauben? Die Frage, die wir uns natürlich stellen müssen ist, wie kommen wir jetzt dazu? Wie gilt das für unser Leben? Ist das einfach für alle Menschen? Oder wie kommen wir an den Punkt, dass Gott uns so sieht? Paulus erklärt es in dem Abschnitt auch. Er spricht im Vers 22 davon, wir werden gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum glauben? Warum nimmt Gott nicht irgendeine andere gute Herzenshaltung wie Liebe? Oder Weisheit? Oder vielleicht Demut? Warum glauben? Ich glaube, wir müssen verstehen, was Glauben bedeutet. Glauben ist genau ein Gegenteil von dem, dass wir uns selber vertrauen, Glauben an Gott. Weil wir Menschen von uns selber aus, wir glauben eigentlich an uns selber. Wir vertrauen uns selber für unsere Rechtfertigung. Wir glauben uns selber für unsere Gerechtigkeit, indem wir das Gefühl haben, wir können unsere Minus irgendwie ein bisschen ein Plus umbauen. Und der Glauben an Gott ist jetzt genau ein Gegenstück dazu. Wir sagen, weisst du was, ich vertraue nicht mehr mir selber für meine Gerechtigkeit, sondern ich vertraue Gott für meine Gerechtigkeit. Ich setze auf ihn, nicht mehr auf mich. Weisst du, an Gott zu glauben, das ist nicht einfach irgendein Glaubensbekenntnis, das man mal irgendwie gesagt hat, sondern es ist eine Veränderung vom Denken in unserem Leben, wo wir aufhören, auf uns selber zu bauen und zu sagen, weisst du was, ich vertraue Gott, ich vertraue dem, wer es gemacht hat. Das, was Jesus gemacht hat am Kreuz, das soll für mich gelten. Ich baue auf dem und nicht mehr auf meinem eigenen Fundament. Durch Glauben, durch diesen Glauben und durch diesen Glauben allein, kommen wir die Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt, über. Jetzt kann man sich die Frage stellen, sagen, ist das wirklich so einfach? Ich möchte Martin Luther zitieren, der bekannte Reformator. Er hat gesagt, die Rechtfertigung, das widerstrebt unserem eigenen Denken, unserem eigenen Fleisch, so sehr, dass es eigentlich kein Mensch wirklich glauben kann, bis es so grossartig ist. Weisst du, die Rechtfertigung, die zeigt Grösse und Güte Gottes auf. Die zeigt Grösse und Güte von seiner Liebe für dich und für mich. Aber sie zeigt auch die Schlimme von dieser Trennung, die Schlimme von der Sünde auf, weil wir sehen, was Jesus dafür hat und welchen Weg Gott gegangen ist, dass du und ich gerecht werden können. Wenn man Rechtfertigung versteht, dann verändert das dein und mein Leben. Ich möchte heute drei Sachen anschauen, wie Rechtfertigung, wie das Fundament unseren Alltag, unser Leben wirklich verändert. Ich glaube, die erste Veränderung ist die, dass wir wissen dürfen, wir sind gerettet. Ich darf mir meiner Erlösung gewiss sein. Ich darf wissen, ich bin gerecht vor Gott, unabhängig von dem, wie ich mich gerade verhalte. Ich denke zurück an die Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe. Ich als Teenager, der dummerweise gesündigt hat und das Gefühl hat, ich habe mein Heil fast verloren. Ich hätte verstehen müssen, ich bin gerecht gemacht durch Gott. Ich bin gerecht gesprochen durch ihn. Nur weil ich gerade wieder gesündigt habe, ändert das nichts an diesem Zustand. Ich bin gerecht gesprochen durch Gott. Ich bin gerecht. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja okay, heisst das, ich kann einfach wild drauf los sündigen. Nein, natürlich nicht. Die gleiche Frage hat man Paulus auch gestellt, darum beantwortet sie im Römer 6 auch gerade. Er zeigt dann auf, sagt, hey, wir können jetzt nicht einfach drauf los sündigen. Das werden wir auch nicht, wenn wir die Gerechtigkeit verstanden haben. Wenn wir verstanden haben, was das auslöst in unserem Leben, dann wird das unser Leben verändern. Wir werden doch nicht gehen und das Werk von Jesus hier so schlecht behandelt, dass wir jetzt einfach wild drauf los sündigen, weil wir das Gefühl haben, wir sind ja sowieso gerecht. Dann hätten wir es nicht wirklich verstanden. Wenn wir die Rechtfertigung, die Gerechtigkeit, den neuen Stand, den wir vor Gott haben, wenn wir den wirklich verstehen, dann wird das unser Leben verändern. Weisst du, das ist die zweite Auswirkung, die es auf unser Leben hat. Der Heilige Geist wird in unserem Leben am Werk sein. Und er wird uns immer mehr verändern, sodass das, was wir sind, der Zustand, wo wir sind für Gott, auch immer mehr sichtbar wird in unserem Leben. Dass unser Leben immer ähnlicher wird wie Jesus, weil wir ja eben Gerechte sind. Das Wichtige hier drin ist, was wir verstehen müssen, ist, was ist Ursache und was ist Wirkung. Weisst du, unser menschliches Verhalten wäre immer, wir versuchen, unser Leben zu verbessern, dass wir gerecht werden. Also da sind wir wieder bei der Selbstoptimierung. Aber was geschehen in unserem Leben ist, weil wir gerecht sind, wird das Auswirkung haben? Wird das unser Leben verändern? Wir können uns nichts von dieser Gerechtigkeit verdienen, wir kommen sie allein durch den Glauben aus, aber sie wird unser Leben, sie wird dein und mein Leben verändern. Weil du und ich, wir sind gerufen, als Gerechte zu leben und das soll sichtbar werden, in deinem und meinem Leben, nicht durch unsere Leistung, aber durch das Wirken vom Heiligen Geist, durch die Veränderung, die er in uns arbeitet. Und wenn wir die Rechtfertigung verstehen, das hat auch noch eine dritte Auswirkung. Es macht unser Leben krisenfest. Wir stehen auf einem Fundament, das nicht mehr abhängig ist von unserem eigenen Werk, vom Selbstversuch irgendwo durch gerecht zu werden, sondern wir dürfen in unserem Leben auf einem Fundament stehen, das verhält, weil es ein Fundament ist, das wir nicht selber gebaut haben, das Gott gebaut hat. Wir stehen auf diesem Fundament, stabil und sicher. Wir stehen nicht auf dem Fundament unserer Emotionen, wir stehen nicht auf dem Fundament unserer Umstände, wir stehen nicht auf dem Fundament unserer eigenen Werke. Das heisst, unser Glauben, der wird felsenfest. Ich möchte diese Message schliessen mit einem von den Lieblingsversen von mir, den man einen Römerbrief findet. Und zwar im Römerbrief, im 5. Kapitel, der 1. Vers, der das noch mal so schön auf den Punkt bringt. Da heisst es, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus unseren Herrn. Ich möchte uns heute so drei Fragen mitgeben für die kommende Woche. Die erste Frage, die ich dir mitgeben möchte, ist, hast du das Geschenk von Jesus, die Rechtfertigung, die Gerechtigkeit, die Gott schenkt, wie wir im Text lesen, die er uns als Geschenk aus reiner Gnade gibt, hast du die je angenommen? Hast du das je angenommen für dein Leben, wo du sagst, Gott, ich will nicht mehr auf mich selber bauen, ich will nicht mehr meine eigene Gerechtigkeit versuchen zu erarbeiten, sondern ich werde dir vertrauen. Hast du das je angenommen für dein Leben? Hey, wenn nicht, ich möchte dich mehr als nur einladen, das zu tun, das ist der beste Schritt, den du kannst machen in deinem Leben. Hey, wir würden dich mega gerne kennenlernen, wir würden gerne mit dir beten, wir würden gerne für dich beten und wenn du weiter abescrollst, findest du so ein Online-Formular, wo du kannst deine Angaben eingeben, dann können wir mit dir Kontakt aufnehmen und wir würden es lieben, mit dir zu beten und mit dir zu feiern, dass du diesen Schritt gemacht hast, weil es ist einer der besten Schritte, den du deinem Leben machen kannst. Ich möchte aber auch eine zweite Frage uns mitgeben für die kommende Woche, ist die Frage, sehen wir uns eigentlich wirklich in diesem Bild? Wenn wir durch unseren Alltag gehen, sind wir uns bewusst, dass Gott uns so sieht? Hey, es gibt keinen Grund, uns irgendwie negativ oder minderwertig zu fühlen, sondern Gott sieht dich und mich so und nicht, weil er blind ist, sondern weil er uns zu dem gemacht hat. Hey, weisst du was, das verändert unser Leben. Hey, das verändert den Alltag, wenn wir so durch unseren Alltag gehen. Und die dritte Frage, die ich uns mitgeben zum darüber nachdenken ist, sind wir uns bewusst, dass wir durch unsere Leistung zu diesem Zustand nichts wirklich selber beitragen, sondern dass das allein, das Vertrauen, das Glauben in Gott der Fall ist. Hey, weisst du was, das macht uns dankbar und das verändert unser Leben. Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen für das Werk, das du am Kreuz möglich gemacht hast. Danke, dass du alle die Minus, all das Negative, alles unseres Versagen auf dich genommen hast. Du hast es geträgt. Du hast zahlt dafür. Und das führt dazu, dass wir es nicht mehr tragen müssen, dass wir unschuldig sein dürfen, dass wir die Vergebung empfangen dürfen, dass wir gerecht sein dürfen. Vater, ich danke dir für deine grossartige Liebe und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du kommst und uns das wirklich tief verankert ist in unserem Leben, dass es wirklich zu so einem Fundamentelement darf werden, wo unser Glauben felsenfest draufstehen darf. Wir dürfen wissen, wir sind gerecht vor dir. Amen.